Corona-Krise und Homeoffice haben aus uns allen kleine Stars vor der Kamera gemacht. Vor der Webcam sind wir nun immer wieder in Kommunikation, von dem Schnack mit der Oma über das Business-Meeting bis zum Online-Vortrag. Das fällt manchen ganz leicht und für andere ist es eine richtige Überwindung. Eine ungewohnte Situation, die wir neu lernen müssen. Wie man das richtig macht und nichts falsch macht, dazu fragen wir heute die Expertin für Stimme und Präsentation, Dr. Monika Heim. Monika, schön, dass du bei uns bist. Man sieht es doch immer wieder, so diese ganzen Telefon- und Videokonferenzen. Wir haben es ja gerade quasi auch. Irgendwie sieht es total normal aus in der Zwischenzeit, wie ein normales Gespräch, aber trotzdem ist total viel anders. Was ist denn da eigentlich anders bei so einer Videokonferenz? Naja, das andere ist, dass wir in ein Gerät reinsprechen und keinen Menschen vor uns haben. Das ist total merkwürdig, weil so ein Gerät stoffwechselt ja nicht vor sich hin wie so ein Mensch. Und wir haben das Gefühl irgendwie, es ist steriler, es ist merkwürdiger, wir haben nicht das Setting, wir haben ein Bücherregal, auf das wir gucken oder der Hund läuft rum. Also es ist eine ganze Menge anders und wir müssen uns da anpassen und vielleicht einen Ticken mehr fokussieren. Das ist auch so schön. Ich glaube, jeder ITler hätte gerade widersprochen und gesagt, nee, nee, das lebt hier alles, Technik lebt. Aber in der Tat ist natürlich auch so ein bisschen das Thema die Distanz bei der ganzen Geschichte. Ist das was, wo du sagst, das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo man ansetzen kann und sagen kann, das muss anders gehandhabt werden, weil diese Distanz da ist und die muss man erstmal überwinden? Ja, genau. Die Distanz muss man überwinden auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Erstmal ist der Körper total wichtig. Du siehst jetzt, dass ich so leicht zu dir schwinge. Das ist schon mal das Erste, wo ich denke, was ich im Gespräch auch mache. Ich schwinge zu den Menschen hin und will damit ja auch die Distanz überbrücken. Für einen Schauspieler ist es der Orchestergraben, für im Meeting ist es einfach ein Tisch und bei uns ist es jetzt halt der Rechner. Das heißt, ich muss da hinwollen, rüberkommen wollen und das ist schon mal ein wichtiger Ansatz. Und die Stimme folgt dem Ganzen. Das heißt, der Körper gibt die Richtung an und die Stimme folgt der Richtung, die ich mit dem Körper einsetze. Das merkt man bei dir total, dass es für dich jetzt auch überhaupt kein Problem ist. Du bist Profi, das ist dein Job. Du machst es wahrscheinlich sogar noch gerne. Es ist für dich mehr so eine Art, ach cool, mal eine andere Herausforderung mache ich gerne. Aber für viele, ich habe es gerade schon in der Einleitung erwähnt, es ist schon so, dass viele da ein bisschen Hemmungen haben, jetzt so eine Kamera anzuschalten, da loszulegen. Was macht man denn da am besten? Einfach wirklich loslegen und so quatschen, wie einem der Schnabel gewachsen ist? Oder kann man damit auch schon eine ganze Menge falsch machen? Ich denke schon, dass Loslegen eine ganz gute Idee ist. Wir machen das im Live-Meeting ja auch, dass man wirklich bewusst loslegt, in Kontakt tritt. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, die wir immer wieder haben. Kontakt aufbauen, wirklich sich selber in den Kontakt reingeben. Und das ist nicht anders. Deswegen ja, drauf los und die Dinge wirklich so sagen, wie ich sie live auch sagen würde. Mental ist es eine andere Vorbereitung, weil ich eben einfach weiß, ich brauche jetzt diesen Fokus, ich brauche die Richtung zum Gerät hin, zum Teilnehmer hin. Und ich brauche natürlich das Setting, dass ich einfach weiß, okay, bestimmte Dinge stören, mach dein E-Mail-Postfach aus. Was mir immer wieder passiert, ist, dass ein Telefonat auf einmal dazwischen klingelt, ja, Flugmodus und so weiter. Das sind natürlich auch Sachen, die man im Meeting bedenken darf. Und auch genauso dann in der Online-Situation. Also schaff dir dein Setting und schau, dass du wirklich auf Kontakt ausgerichtet bist. Das ist sozusagen die Basis von dem Ganzen. Und wenn man es dann auch mal geschafft hat, ich glaube so, jeder ist jetzt schon mal in die Situation gekommen, das ist so quasi, der Grundkurs ist abgeschlossen, den haben wir jetzt alle erledigt, wenn ich es jetzt richtig gut machen will. Gerade so in Business-Meetings geht es ja auch darum, ich möchte jemanden überzeugen, mich gewinnen. Was kann ich denn da machen, so in Sachen Körpersprache und Stimme, um da wirklich gut dazustehen und die anderen vielleicht tatsächlich auch gut und positiv von mir zu überzeugen? Da gibt es viele verschiedene Tricks, die wir einsetzen können. Tatsächlich ist erst mal auch der Ausschnitt ganz relevant, den wir in die Kamera geben. Das heißt, du siehst jetzt hier hin und wieder mal meine Hände da rein droppen. Optimalerweise wäre der Ausschnitt dann ein bisschen tiefer noch, also bis zur Bauchnabelhöhe ungefähr, damit wir wirklich den Menschen sehen, wie er gestikuliert und auch artikuliert. Das wäre mal so eins, dass wir den Ausschnitt günstig wählen. Dann kann man dafür sorgen, dass die Stimme zum Beispiel im Körper sitzt. Also wir sagen das bei Schauspielern zum Beispiel, dass der Körper als Resonanzraum dient. Das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für den einen oder anderen, aber viele brüllen dann so rein und haben so einen Druck auf der Stimme, weil sie es besonders toll machen wollen. Und letztlich ist es eher ein Entspann der Stimme in den Körper. Also dass ich gelassen bin und gleichsam wirklich meinen Körper als Instrument empfinde. Das heißt, meine eigenen Resonanzen benutze. Dafür kann man die Stimme ausbilden und dafür kann man den Fokus hier aufs Brustbein lenken, dass man wirklich sagt, okay, hier richte ich mich auf, hier bin ich sichtbar und gleichsam stelle ich mir vor, dass meine Stimme hier sitzt. Du sagst gerade was ganz Wichtiges, dass man kann die Stimme ausbilden. Jetzt bin ich ja auch Sängerin, ausgebildete Sängerin und weiß, das ist ein verdammt langer Weg. Der hat mir sehr geholfen bis jetzt auch in meinen Moderationsjobs. Aber es ist tatsächlich so eine Ausbildung. Das heißt, man muss das üben, man muss das trainieren. Wenn ich jetzt aber einen ganz, ganz wichtigen Termin habe, hast du vielleicht so einen Instant-Trick, wo man sagt, boah, gerade für Frauen, dass die Stimme nicht so hoch rutscht oder dass man nicht so Schnappatmung bekommt? Gibt es da von dir so zwei, drei Tipps, die man so, naja, wie so ein Notfallset mal nutzen kann? Genau, das ist auf jeden Fall machbar, dass man sich a, was ich gerade sagte, vorstellt, dass die Stimme von hier kommt. Und da kann man die Hand wirklich aufs Brustbein legen und merken, hier vibriert das. Und wenn ich mir das vorstelle, sinkt die Stimme automatisch dahin in den Körper und wird nicht auf einmal hoch und piepsig, weil dann passiert da nichts mehr. Es ist wirklich wie, wenn du, das hört man regelrecht, wenn hier so ein kleiner Bass vibriert oder wenn der da nicht mehr vibriert, dann merkst du, okay, da ist der Körper nicht mehr angeschlossen. Das heißt, ich muss immer wieder reindenken in den Körper. Aber das ist so Nummer eins, wirklich rein in den Körper. Was ich vorher machen kann, noch als zweiten Trick, ist wirklich lang ausatmen. Wir vergessen in solchen Situationen auszuatmen. Wir denken, wir vergessen einzuatmen und denken, wir haben keine Luft. Das ist aber ein Fehlschluss. Tatsächlich vergisst der Körper niemals einzuatmen. Der atmet nur in falsche Regionen ein. Als Sängerin weißt du das, die Tiefatmung ist einfach günstiger und unterstützt die Töne besser. So schön in den Bauch rein, nicht? Ja, genau. Die Tiefatmung, genau. Genau, und das ist so ein Faktor von Lampenfieber, egal ob live oder in Person oder online. Tatsächlich ist die Tiefatmung etwas, was uns beruhigt und was uns erdet. Und wo wir sagen können, okay, da ist der Ton dann automatisch auch besser. Das heißt wirklich, die Hand auf den Bauchnabel legen vor einem Meeting oder einer Konferenz, lang, 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 lang ausatmen und dann wirklich den Bauch so rausploppen lassen beim Einatmen. Das ist ein bisschen so ein Hängebauchschwein-Modus, aber es ist sehr, sehr hilfreich, wenn man in den Bauch atmet, weil dann das ganze System ruhiger wird und wir bessere Töne produzieren können. Das ist jetzt auch der Vorteil von Videokonferenz. Man muss auch einfach mal einen klaren Vorteil machen. Ich kann ja den Ausschnitt so wählen, dass man meinen Bauch dann in dem Moment nicht sieht. Dann kann ich auch sehr schön nochmal hausatmen mittendrin, wenn es irgendwie gerade mal ein bisschen kritisch wird. Aber apropos kritisch werden, es ist ja nicht nur so, dass man so nette Gespräche, wie wir gerade führen können, sondern manchmal, das ist ja wie im Büro auch, geht es echt ans Eingemachte. Und dann gibt es auch Kritik und dann gibt es vielleicht auch mal so ein bisschen Streit auf Business-Ebene. Am Telefon würde man dann einfach sagen, boah, du, ich lege jetzt auf, das ist mir jetzt zu blöd. Das kann man natürlich in einer Videokonferenz nicht machen, vor allem, wenn es Business ist. Und wie geht man denn damit um und was mache ich denn jetzt konkret, wenn so die Funken fliegen? Gehe ich da voll rein oder was würdest du empfehlen, um selber so eine Souveränität auszustrahlen? Also generell, wenn die Emotionen rumfliegen und wenn man wirklich merkt, oh, jetzt brennt die Hütte, dann empfiehlt es sich doch, entweder eine Pause zu machen oder wirklich nochmal ganz bewusst das Ganze zusammenzufassen und nochmal wiederzugeben. Also wenn ich es richtig verstehe, ist unser Problem jetzt das und das. Das heißt, ich lagere das mal aus von du bist doof oder ich bin doof, sondern das Thema, das wir haben, ist das. Das heißt, ich gucke mit dem anderen auf etwas anderes, auf etwas Außengelagertes, nicht, dass wir uns angreifen. Das heißt, wirklich nochmal auf so eine Sachebene steuern und versuchen auch hier den Atem im Griff zu haben. Also mittlerweile habe ich das auch im Privaten, Gott sei Dank, sehr gelernt, dass auch in Konfliktsituationen ich wirklich meinen Atem und meine Stimme ruhig halten kann. Und das ist super, super, super hilfreich. Das heißt, in dem Moment wirklich zu sagen, ich glaube, wir hauen uns jetzt hier gleich die Köpfe ein, lass uns mal schauen, dass wir kurz mal reflektieren und in einer Stunde weitermachen oder aber, dass wir sagen, okay, ich bringe es auf die Sachebene, ich beschreibe mal, was ist jetzt passiert, du willst das, ich will das, wo ist jetzt der Konsens? Und ein weiterer Trick ist einfach Bedürfnisse aufspüren, ja, dass ich wirklich auch benenne, ah, dir ist es also wichtig, dass wir aufs Budget achten oder dir ist es also wichtig, dass wir die Mitarbeiter gut führen, also dass man das Beste annimmt. Wir nehmen ja schnell das Schlechteste an und das ist eine Frage der Sichtweise. Wie kann ich denn dem anderen was Gutes unterstellen? Seine gute Absicht zu finden, sein Bedürfnis zu finden, das bringt es auf ein anderes Level. Aber tatsächlich ist das schwierig, wenn meine eigenen Emotionen toben. Das heißt, atmen, wieder den Körper beruhigen, die Stimme beruhigen und das Ganze wirklich auf den Punkt bringen und dann geht es hoffentlich besser weiter. Und vielleicht nicht alles immer so wahnsinnig ernst nehmen, vielleicht auch sich selber nicht ganz so ernst nehmen. Wie hat mein Physiklehrer immer so schön gesagt, Reibung erzeugt ja schließlich auch Wärme, ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt, wenn man sich mal ein bisschen energischer, aber natürlich sachlich auseinandersetzt. Ich finde es ehrlich gesagt persönlich auch nicht verkehrt, egal ob jetzt analog oder digital. Vielen, vielen Dank schon mal, liebe Monika, für diese wahnsinnig vielen tollen Tipps. Wenn ihr da draußen noch mehr Tipps von Monika wollt, dann als allererstes mal Tipp hier unten auf den Button klicken und diesen Kanal abonnieren, denn wir haben noch viele weitere Videos mit Monika zum Beispiel zum Thema Empathie in der Krise oder Selbstmanagement. Also bleibt dabei und kommentiert natürlich auch mal gerne, wie ihr das so macht in Videokonferenzen. Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dann, macht's gut.